Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Body Update. Heute ist der 23.05. Ich bin von 74 Kilo auf 75 Kilo hoch. Dann haben wir angefangen halt vor zwei Wochen. Vom 9.05. ist das erste Body Update. Das verlinke ich euch nochmal in die Infobox, dass ihr vielleicht vergleichen könnt. Und heute will ich euch ein paar Werte nennen, denn ich konnte mich immer ganz gut steigern und ärgere mich eigentlich, dass ich vom 9.05. keine Arbeitssatzwerte angegeben habe. Ich gebe deshalb Arbeitssatzwerte an. Also das bedeutet zum Beispiel bei Kreuzheben 5 mal 5, das Gewicht, das ich, sage ich mal, gerade so bewegen kann, dass ich die Sätze plus die Wiederholungsanzahl schaffe. Vielleicht jetzt ein Beispiel bei Kreuzheben beim fünften Satz, dass ich vielleicht nur noch 4 oder gerade so noch einen fünften schaffe. Das ist praktisch die Anzahl, die ich euch jetzt an Kilogramm nenne. Da fangen wir auch gleich mit Kreuzheben an. Ich habe nie alle Übungen, aber sage ich mal so einige wichtige. Kreuzheben bin ich jetzt bei 80 Kilogramm. Ich werte hier nicht die Stange, die wird so 12,5 wiegen, also theoretisch 92,5. Aber ich gehe jetzt wirklich nur von den Gewichten aus, die ich auch wirklich drauf habe. Und ich sehe hier gerade entschuldigt einige Posen. Ich werde daran arbeiten, also teilweise fragwürdige Sachen. So, Kreuzheben, also Arbeitssatz in 5 mal 5, schaffe ich jetzt 80 Kilogramm. Dann kommen wir zu Kniebeugen. Kniebeugen bin ich bei 75 Kilogramm as to the grass, also wirklich tiefe Kniebeugen. Und die Arbeitssätze, die ich aktuell mache, verlinke ich euch auch nochmal in die Infobox rein, dass ihr seht, mit wie viel Kilogramm ich den Arbeitssatz schaffe. Steigern tue ich mich dann natürlich immer weiter, wenn ich den Arbeitssatz praktisch hinter mir habe. Mit der Kiloanzahl und den Wiederholungen steigere ich mich dann eben um, was weiß ich, je nach Übung 2,5 Kilo oder 5 Kilo. Das ist individuell, das kommt auch immer auf die Übung drauf an. So, dann haben wir Langhandel, Bankdrücken. Da bin ich bei 65 Kilogramm ohne Stange wieder eingerechnet. Dann haben wir Kurzhantel, Bankdrücken, also Schrägbankdrücken. Da bin ich bei 27,5 Kilogramm pro Handel natürlich. Dann kommt das T-Bar-Rudern, dort bin ich bei 40 Kilogramm. Und dann kommt noch der Lattzug hinzu, da bin ich bei 45 Kilogramm. Ich will nochmal dazu sagen, zum Beispiel beim Kreuzheben, ich würde beim Kreuzheben oder bei einigen Übungen mehr Gewicht bewegen können, wenn ich Zughilfe verwenden würde. Also beim Kreuzheben wäre jetzt, sage ich mal, realistisch, dass ich so auf 100 Kilogramm gehen könnte. Bei Kreuzheben mit Zughilfen, da würde ich, denke ich mal, den Arbeitssatz von 5x5 locker schaffen. Aber ich versuche wirklich jetzt im Moment ohne Zughilfen zu arbeiten. Und dann lässt eben meine Griffkraft bei 5x5 bei 80 Kilogramm im fünften Satz, bei der vierten und fünften Wiederholung so nach, dass es nie immer schaffbar ist. Und deshalb werde ich mich dort später erst um 2,5 Kilo, denke ich mal, steigern, wenn ich dann eben die 5x5 ohne Probleme schaffe oder zumindest das Ganze erreichbar ist und ich dann nie unsaubere Wiederholungen mache. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Tschau.